Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel und dem Replay von Microprose Formula 1 Grand Prix. Mein Name ist Selma und die letzten Simulationen, die wir uns angeschaut haben, waren ja eher kriegerischer und mehr martialischer Art. Diesmal schauen wir uns etwas an, was vor dem PC vielleicht auch martialisch enden könnte, aber im Prinzip an sich eine Rennsimulation ist, die das Formel 1 Geschehen im Jahre 1991 widerspiegeln soll. Das Spiel selbst ist auch 1991 rausgekommen, auch wieder von Microprose. Hat einen einzigartigen Vorteil oder eine einzigartige Eigenschaft, die damals uns beeindruckt hat und aus dessen Grund heraus wir das immer nur gespielt haben. Das war nämlich der Multiplayer. Und zwar ist der Multiplayer nicht nur über Serial Link, also Nullmodem Kabel möglich gewesen, sondern man konnte auch einen Hotseat Multiplayer Modus haben. Und dieser Hotseat Multiplayer Modus konnte man mit bis zu 35 Leuten, wir waren nie so viele, nicht mal annähernd so viele, aber theoretisch mit bis zu 35 Leuten eine komplette Saison durchfahren. Und zwar war das dann so, dass das Rennen quasi aufgeteilt wird, also man hat sich Fahrer, man konnte die benennen, man konnte in Teams gehen und so weiter und Computergegner Schwierigkeiten einstellen und sowas. Und man hatte dann die Rennstrecken von 91 und konnte sich dann mit Freunden zusammen in einem Team anschließen. Und wenn man mehrere hatte, hat man natürlich auch in Teams gegeneinander gekämpft. Und der Multiplayer-Teil entstand dadurch, dass dieses Rennen dann, was man prozentual auf das Realrennen, also auf die reelle Anzahl an Runden aufteilen konnte. Ich glaube Dirk und ich müssen mal schauen, wie wir das machen. Dieses Rennen wurde dann aufgeteilt auf die Anzahl der Fahrer und jeder kam dann an eine gleiche Anzahl an Minuten quasi, die er dieses Spiel fahren konnte. Und den Rest der Zeit hat dann jeweils immer der Computer gefahren. Und so kam es natürlich dann auch zu Duellen untereinander, natürlich immer nur, wenn man gegen den Computer gefahren hat. Aber es kam auch zu Duellen hinter der Tastatur, was immer sehr witzig war, wenn der Computer dann das Spiel oder das Rennen verbockt hat oder wie auch immer. Ja und aus diesem Grund werde ich das nicht alleine spielen, sondern mit Dirk zusammen. Wir werden ein Team bilden und versuchen eine Saison zu spielen. Ob wir die jetzt ganz durchspielen, müssen wir mal sehen. Das sind verdammt viele Rennen und es ist auch eine lange Zeit. Müssen wir mal sehen, ob es so lange interessant bleibt. Ja, das ist auch der einzige Teil dieses Spiels, den ich interessant fand als Kind. Das Spiel ist ja 91 rausgekommen. Wir werden das nicht 91 gespielt haben, ich denke eher 93, 92 vielleicht. Und da war ja der Schuhmacher-Hype zwar schon im Gange, aber uns alle hat das überhaupt nicht die Bohne interessiert. Außerdem war das für uns die erste Simulation mit Autorennen. Wir hatten vorher zwar die Klassiker gespielt, Jaguar und solche Sachen, aber das waren ja alles mehr so Funracer und dieses war die erste Version von einer Rennsimulation. Daher konnten wir auch mit diesen ganzen Tuning-Einstellungen und so überhaupt nichts anfangen und haben da auch relativ wenig mitgemacht, beziehungsweise gar nichts mitgemacht. Ja, das ist eigentlich im Prinzip alles. Wir schauen uns kurz die Verpackung an. Danach gibt es das Intro und dann gibt es übermorgen das erste Replay. Ja, hier hinten sieht man nochmal die Screenshots, die für die damalige Zeit schon echt cool waren. Also es hatte, wie man hier sieht, richtige 3D-Grafik und hat auch nette Zwischenbildchen immer gehabt. Jo, also 286, 386, 486, wobei man für ein flüssiges Spiel mit dem 1.05er-Patch schon ein DX2 haben sollte. Also ein 486 DX2. Ja, vier Disketten. Das Handbuch ist dementsprechend vernünftig, kann man nachschlagen und im Prinzip findet man im Handbuch jetzt nicht so viele technische Details. Es wird viel über die Simulation an sich, wie man sie einstellt, was man da machen kann. Hier sieht man nochmal kurz, wie das Cockpit aussieht, Drehzahlmesser, Schwierigkeitsgrad. Aber das erklären wir dann alles nochmal im Replay. Man bekommt einen Einblick über die Steuerung. Das ist ja bei den anderen Micro Pro Simulationen eher in den Hintergrund getreten. Das steht hier ein bisschen mehr im Vordergrund. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht hier nochmal der Multiplayer. Genau, für mehrere Spieler gibt es noch einen extra Abschnitt darüber, wie man den macht. Wie man das macht, was aber eigentlich recht intuitiv ist. Und dann gibt es halt eine Übersicht über die Rennstrecken. Hinten gibt es dann noch Hinweise. Hat hier eigentlich jemals irgendwer da was reingeschrieben? Dann noch über die Geschichte von Grand Prix und die einzelnen Rennteams werden vorgestellt. Und natürlich Fahrtipps, ganz klar, wie man in die Kurven fährt, wie man langsam in die Kurven fährt und so weiter. Dann noch was zum Wagen. Und was ganz interessant ist, das werde ich dann später auch im Replay vorlesen, die jeweiligen Rennstrecken. Da steht auch immer was dazu, wie man die fahren sollte und so. Das ist eigentlich wirklich nett beschrieben. Das werde ich dann im Spiel nochmal vorlesen, im Replay nochmal vorlesen. Ja, hier noch die übliche Karte, Tastaturblasels und die sehr mageren technischen Hinweise. Da gibt es hier auch nicht so viel. Ja, dann schauen wir uns jetzt noch schnell das Intro an. Ja. Ja, das war es von dem Disketten-Intro. Sehr kurz, sehr spärlich. Die CD-Version, die ich leider nicht habe, die hat noch ein gerendertes Intro, wo auch ein bisschen was passiert. Hier leider nicht mehr so viel. Dennoch würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis übermorgen im Spiel. Danke. 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 Danke.